Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Gravity Rush 2. Alter, Musik ist still hart. Dieses hier war echt laut. In der anderen ist... Warte, ich mach's wieder ein bisschen leiser. Ah, viel besser. Also für mich leiser, für euch nicht. Wenn ich zu leise bin, ist euer Pech. Nee, eigentlich meins. So, ich hab wieder ein neues Outfit. Ich hab auch aus Screen eine ganze Menge gemacht. Ich habe diese Karte total leer gefaked. Ich habe die Karte total leer gefaked. Ich hab hier ein bisschen was gemacht. Oberflächlich. Und ich hab die hier, die Anfangskarte, recht gut leer gemacht. Wie ihr seht, wir haben gut 17.000 Stück. Ja. Wir können aber hier noch eine ganze Menge holen. Wir können eigentlich überall noch irgendwie was holen. Aber ich finde... Naja, wollte ich gar nicht hin. Im Vergleich zum ersten Teil war es irgendwie leichter, die jetzt zu sammeln. Könnte eventuell daran liegen, dass wir ein bisschen schneller waren. Äh, schneller sind und so. Aber, naja, daran kann es nicht liegen. Nein. So, wir haben... Genau, und das meinte ich nämlich. Wir können nämlich weiter skillen. Ähm, stoße beim Gleiten mit Gegnern zusammen, um dann spezielle Anzeige aufzufüllen. Oh. Das ging ja vorher nie. Das gönnen wir uns. Definitely. Du stolperst nicht mehr, wenn dich ein Gegner beim Gleiten angreift. Hä? Wie kann man denn beim Gleiten stülpern? Aber egal. Shit, da ist es. Hauptsache 100. Haha. Uns ging es aber, glaube ich, hier rum. Oh, fuck. Wir hätten ja schon längst Sachen skillen können. Oder ist das jetzt... Ne, ich glaube, der ist dazu gekommen, oder? Wie viel länger die Flugdistanz während des ersten Angriffs einer Lunar-Kombo? Ja, da sind Sachen dazugekommen. Wir hatten ja hier die ganze Zeit mit starker Kombo. Ja, stimmt. Dann ist das dazugekommen. Das ist dazugekommen. Und das ist das, wo wir eigentlich am Ende hinwollten. Die Kosten sind die gleichen, aber ich verstehe es nicht so ganz. So, dann machen wir nämlich... Was haben wir jetzt eigentlich gekauft? Wie lange die Flugdistanz? Das war immer. Ja. Jetzt machen natürlich auch die, ähm... Stärkere Kombo, ja immer, immer und immer wieder. Aber jetzt machen wir auch, was ursacht, mehr Schaden beim Angreifen von Gegnern mit Rüstung. Na, deswegen waren wir aber wahrscheinlich auch so stark bei der 1, 2, weil wir ja schon so weit das geskillt haben. Ja. Oh. Das ist natürlich auch nice. Aber das ist halt... Verschnellert die Wiederherstellung der Spezialanzeige, wenn Kombo-Angriffe einen Gegner trifft. Hm. Gerechnische Angriffe unterbrechen deine Kombo nicht mit. Das ist natürlich auch nice. Aber Schockwelle, ähm, Ende eines Kombo-Angriffs wird eine Schockwelle ausgelöst. Das ist natürlich sehr praktisch. Weil ich sehr schön finde, das Statusfeld hat sich kein bisschen... Das müssen wir echt mal skillen. Auch wenn wir dafür 16.000 brauchen. Aber was bekommen wir da eigentlich? Steigert die Durchschlagskraft, das ist natürlich auch nice. Ähm, vergrößert den Umfang der Trümmerkugel, wenn, äh, gedrückt gehalten wird. Hm, hm. Ist natürlich auch schön. Mehr Damage ist mehr Damage. Wie lange hat die Zeitdauer für die Gegner eingefroren? Sonst lange Kreis gedrückt gehalten? Äh, okay. Vielleicht ist diese auch gar nicht benutzt. Äh, wo ist es denn jetzt? Hier. Ähm, wirft innerhalb ein Statusfeld rein. Das. Wirft innerhalb der Statusfeld Reichweite Energieangriffe zurück. Die Gegend nicht gerichtet sind. Oh, praktisch. Hm. Ach so. Für alle. Hä? Ähm, stärker die Geschwindigkeit und Reichweite von Dingen, die mit den Startsfeld geworfen sind. Auch wieder für alle. Das ist praktisch, das ist für die Fliegeviecher. Das ist echt praktisch, ähm. Äh. Das geht mir einfach überhaupt nicht. Ich mag das einfach nicht. Was ist hier eigentlich? Du kannst sechs... Wow. 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 Ich benutze das einfach dafür zu selten. Hm. Ja. Und danach werden wir dann erstmal das machen. Wir werden wahrscheinlich noch nicht mal das hier zusammen bekommen. Wir haben auf jeden Fall genug gespielt. Wir haben drei Sachen voll und das reicht erstmal vollkommen. So. Ich wollte als erstes in der Aufnahmesession, nachdem wir das gemacht haben, uns das mit den Talisman angucken. Ich hab das auch mir schon mal ein bisschen angeschaut und das ist an sich, an und für sich echt OP. Ohne Spaß, das ist echt, echt, das ist echt OP. Und zwar... Ich weiß grad gar nicht, äh, umwandeln ist, glaub ich. Und dasselbe Form. Und dasselbe Fähigkeit erfolgt. So, was passiert? Machen wir natürlich eine ganze Menge. Können wir noch gar nicht machen. Dafür haben wir nicht genug gefarmt. So. Wir machen, ähm... Es ist natürlich gut, einen mit Angriff zu haben. Und einen, der Loot gibt. Wir haben aber, glaub ich, gar keinen, der besseren Loot gibt. Da wäre natürlich, ähm... Beschleunigt das Gravitationsgleiten, sehr praktisch. Und... Äh... Hm. Das wäre auch sehr praktisch. Erhöht den Schaden, ähm, den der Gleitangriff verursacht. Könnten wir eigentlich mit reinmachen beim Schaden. Ähm... Aber das ist ja unser Rafa... Unser Rafa... Gut, doch. Erhöht die Maxis Maximaldistanz. Die Objekte in einem Statusfeld im normalen Stil geworfen werden können. Ist natürlich auch sehr praktisch. Gravitationsgängen können ohne Begrenzung beliebig oft aneinandergereiht werden. Erhöht den Schaden... Das ist doch eigentlich schon perfekt. Das wäre ein blödes Beispiel. Also, ohne Spaß. Was will man mehr? Vor allem die ganzen Sachen hier, die... Das ist... ...nicht nennenswert. Oh, erhöht den Ackre. Oh, ich will egal. Aber da steht auch geringer Effekt. Erhöht den Schaden... Ja... Das ist beides, ja. Starker Arm. Erhöht die Maximaldistanz. Wow. Das ist... Ich habe mir irgendwie mehr behofft. Wir machen aber jetzt einfach aus Prinzip mal was. Wir machen das hier. So, ist eine Wechsel... Wow. Das... Verbraucht das überhaupt Energie? Senkt den Energieverbrauch für den Gravitationsleiter im normalen Ziel? Ne, warte, 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 warte. Wir müssen was nehmen. Wo zwei... Oh, drei. Erhöht den Radius mit dem Juwelen. Oh, wunderbar. Der Suchradius, der Gravitationsgängen, wird vergrößert. Was? Nein, da ist viel und nichts. Was denn? Und dann nur noch doppelt. Aber hier erhöht den Radius, in dem Juwelen und Talisman gefunden sind. Das ist perfekt. Sowas hat mir gefehlt. Und das kombinieren wir mit... Er senkt den Energieverbrauch für Gravitationsgleiter im normalen Ziel. Oh. Nein, wir machen es hier mit. Zack. Und dann machen wir... Ähm... Juwelenattraktionen, Juwelenattraktionen und... Das hier. Ja. Und das war's. Und zwar... Das fällt mir jetzt erst auf. Wir müssen ja nochmal umskillen. Ich habe ja während des Farms Juwelen und Juwelen. Und das einfach nur wegen dem Energieverbrauch. Aber wenn wir dann... Oh. Wir sind auf einmal mehr als davor. Okay. Jetzt muss ich selber erst mal gucken. Aha. Hunde wegen Kat. Ha. Und das war's nicht. Das war's, glaube ich, ne? Ja. Das müssen wir uns als Favorit machen. Alter, wenn wir das dann auch noch drin haben. Wow. Was natürlich sehr OP wäre, wenn man das hier und das hier dann auch noch irgendwie kombinieren könnte. Deswegen haben sie das mit Sicherheit ausgemacht. Weil das... Da könnte man so OP Sachen machen. Aber andererseits, das hier zum Beispiel, das sind ja alle Story-Sachen, die man sich freigeschaltet hat. Das wäre im Equipage, wenn man die kombinieren könnte. Und hier ist es, glaube ich, auch komplett... Da konnte man hier sogar ein paar Farmen. Ja, den hier konnte man, glaube ich... Den habe ich gedroppt. Aber ich glaube, den konnten wir auch auswählen. Ich glaube, den konnten wir auch auswählen. Also wenn wir solche Sachen droppen könnten, könnten wir die auch kombinieren. Interessant. Ja. Das ist der OP-ste Loot, den man machen kann. So, wir gehen aber wieder aufs Normale. Das hier war's. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich fände das eigentlich witzig. Wegen dem Automatisch. Aber so schön ist das nicht, weil das echt lange dauert mit dem Automatisch. Ich dachte, gleich, wenn man rausgeballert hat, hat man zack, wieder alles dran. Aber das mit einem kleinen Kuhloon versehrt. Und dann ist das ein bisschen unnötig. Ja. Hier brauchen wir, glaube ich, maximale Gesundheit haben wir nie gebraucht, wirklich. Das hatte ich ja eben. Wollen wir eigentlich auch gar nicht mehr. Dadurch, dass wir jetzt ja den hier haben. Erhöht die Anzahl der Malle, die du ausweichen kannst, brauche ich auch nicht. Das müsste das sein. Erhöht die Maximale Sons. Ähm, können ohne Begrenzung. Ja, und erhöht den Schaden von Kick. Genau. Das ist das, was wir von Anfang an haben. Was man vielleicht austauschen könnte, ist, dass ich einen zweiten Powerkick reinmache. Stark. Na, stark. Start. 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 Start starker Arm. Bei dem brauchen wir vielleicht nicht zwingend. Und Gravitationskicks, ähm, könnten wir rein theoretisch auch austauschen. Sobald wir die Kicks komplett geskillt haben. Moment, haben wir die nicht. Ah, ne, wir haben das Ausweichen, ähm, wir haben das Ausweichen, beziehungsweise das Angreifen an sich. Das gilt. Die Kicks machen wir ja, glaube ich. Ne, machen wir gar nicht. Machen wir gar nicht. Ist ja natürlich die Frage, ob man überhaupt unbegrenzt Kombos machen braucht, mit den Kicks. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich nicht wirklich weiß, wie man es anders machen könnte. Ich kenne es nicht anders. Hm. So. Hier in der Stadt. Ach ja. Ich habe, ähm, in jeder bis auf einer. Oder habe ich da auch? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich habe auf jeden Fall schon mindestens drei Gullis. Hier habe ich einen. Hier habe ich einen. Wir gucken mal kurz rein. Ja, natürlich haben wir da einen. Wir haben hier einen. Ja, wir haben hier auch einen. Wunderbar. Da müssen wir, glaube ich, überall einen haben. Oder war es hier, wo ich keinen hatte? Ich glaube hier, ja, hier war es, wo ich keinen hatte. Aber hier müssen wir auch nicht hin, wie ihr seht. Aber guckt euch mal an, wie klein das ist. Ich habe das irgendwie größer in Erinnerung. Ich habe das echt größer in Erinnerung. Hm. So. Dann gehen wir erstmal hier hin und dann... Hier war, glaube ich, irgendwas, ne? Genau. Und dann machen wir hier die ganzen Ne-Missionen mit den Gesprächen. Und dann gehen wir hier hin, machen da die Ne-Missionen und dann die Hauptmissionen. Ich weiß aber nicht. Ich bin echt kaputt. Zeitumstellung und ich bin trotzdem zwei Stunden früher wach als sonst. Das ist scheiße unter der Kacke. Aha, kommt mal ein Kulli. Moment, Kulli. Ja, okay. Jetzt habe ich zwei Kulli. Läuft bei mir. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Ich werde mal schauen, ob ich überhaupt Lander machen kann. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich hoffe es auf jeden Fall. So ein Engel unter uns. Er meint bestimmt nicht. Kali Angel ist unglaublich. Sie ist ein Engel. Mit dieser Kamera werde ich hier ihre Bewegung einfangen. Oh, Stalker. Entschuldigung, hast du schon mal von der Gravy-Königin gehört? Gravy-Königin? Oh ja, der Bruder meines Freundes war damals hinter ihr her. Ich stehe ja mehr auf Kali Angel. Sie spielt dann eine andere Liga. Ich bin Perfektionist. Darum suche ich auch in den Objekten meiner Zuneigung nach Perfektion. Und meine Stimme verabschiedet sich. Aha, verstehe. Moment. Will er damit sagen, ich hätte viele? Einen Moment bitte. Wiegeid. Feier. Sie haben wir halt dir von oder zu Hause. Sie sind die Köln. Ich sehe ich schon wieder. Aber ich kann, ich weiß, Sch Locker. Ich sehe das Auto. Ich sehe die Köln. Ich sehe die Köln.